Wenn du weißt, was dein Chef von dir erwartet, dann weißt du auch, wann die Arbeit richtig gemacht und fertig ist. Wenn du als Vorgesetzter weißt, was deine Mitarbeiter von dir erwarten, dann kannst du besser damit umgehen. OKR schafft einen Rahmen, der euch hilft, die gegenseitigen Erwartungen zu klären, indem ihr die gewünschten Ergebnisse explizit formuliert. Das bringt Zufriedenheit in deine Arbeit, das Team und die Organisation. Zufriedene Menschen sind innovativer und leisten in der Regel besser.